So jetzt geht's ab. Wer ist denn als erstes in der Mitte? Oh. Wow. Okay. Wow. Was ist hier los? Was hast du denn für ne geile Arena ey? Da ist er. Nein. Tot. So. So. Fahren wir da mal hoch. Ach wir müssen da rüberspringen. Scheiße. Sollen wir da rüberspringen? Da war ein Token. Da war ein Token. Ja. Seht ihr da? Da. Guck mal hier. Und dann gibt es hier diese Token. Könnt ihr einsammeln. Und das ist immer bei diesen Fußgängerrennen und bei den Checkpointrennen. Und sammeln wir den auch mal ein. Oh, 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 oh. Die Arena ist cool. Nein! Ja, das muss noch optimiert werden hier. Wieso kommt die denn runter? Wie krank ist das denn? Okay. Ich weiß aber auch noch nicht so recht, ob ich das hier... So, hier fährt man rein und dann... Alter! Oho. Das ist überhaupt nicht meins. Krass. Wieso habe ich denn hier so... Mensch, halt die Fresse. Okay. So, dann vernichten wir mal ein paar Leute. Gegnerwerfer. Okay. Machen wir doch gerne. Äh, so. So. Äh, der steht mir auch doof rum. So. Ja, das dachte ich mir. Ja. Sehr schön. Äh, haben wir hier noch einen? Hier. Du, weißt du was? Scheiße. Ja, komm mal nicht mehr, der Jungs. Da raus fahr ich nicht mehr. Okay. Oh, 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 oh. Ah ja, erst mal ein Pro P gesehen, wo ich gerade sah Warte mal, warte mal Wer hat der denn den meisten, tschüss Da sind sie doch Oh, erst mal Punkte wieder kriegen hier Ah Ja Nein, ich habe ihm Punkte gegeben Dieses ganze Blut von den Leuten hier, das nervt doch Ja, wie sie alle drüber springen So Nein Verdammt ey Ähm, tschüss Ja, toll, aber mit welchem Preis Zu welchem Preis Komm, 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 komm Hüpfschwung Ach du Kacke, ach du Kacke Oh, wo ist denn hier mein Freund? Der ist da drüben Bam So So Ey, der ist so einfach Da, der ist das Ha Und ein Punkt, ja Sehr schön So 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 So